Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter Die Firma Leb ist spezialisiert auf Balkone und Säune, aber ich glaube, dieses Jahr habt ihr ganz was Besonderes dabei. Genau richtig. Wir bauen grundsätzlich Balkone, ganz allgemein für jedes Haus, sage ich einmal. Aber dieses Jahr haben wir wirklich was Spezielles dabei. Das ist ein Photovoltaik-Balkon. Das bedeutet, das ist nicht nur irgendein PV-Modul, das man auf ein bestehendes Geländer draufhängt, sondern wir haben es wirklich geschafft, dieses Modul komplett in eine schöne Verpackung zu bringen. Die Voraussetzung von einem Balkon ist immer eine Absturzsicherung und die ist sozusagen mit dem Handlauf und dem Stehen im Hintergrund gegeben. Und ja, der große Vorteil davon ist, man muss einmal Geld ausgeben, aber bekommt dann natürlich ständig wieder was zurück. Jetzt kennt man ja Photovoltaik-Module eigentlich so schräg in den Himmel gerichtet. Das ist ja senkrecht. Hat das dieselbe Effizienz? Dass man es wirklich vergleichen kann mit einer Photovoltaik-Anlage am Dach, das stimmt nicht. Es ist aber wirklich sehr von Vorteil, wenn man schon was am Dach hat, dann hat man einen Wechselrichter sozusagen. Das braucht man natürlich, damit man den ganzen Strom auch dann im Haus sozusagen verwenden kann. Es bringt nicht den gleichen Ertrag. Es ist circa die Hälfte, sagen wir einmal so, von einem sehr gut ausgerichteten Dach. Aber es ist einfach ein super Zusatzprodukt. Ja, das kann man so sagen. Wenn ich mir jetzt so einen Balkon mache, was muss ich denn ungefähr pro Quadratmeter zahlen? Man muss rechnen sozusagen, dass man circa zwischen 1300 und 1500 Euro am Laufmeter, so berechnen wir das, ja, ungefähr einkalkuliert. Das ist aber ein Preis, den berechne ich jetzt sozusagen mit Montage inklusive Mehrwertsteuer. Also das wäre sozusagen wirklich der Fixpreis. Kommt bei euch alles aus einer Hand? Genau. Unser Produktionsort, beziehungsweise auch die Entwicklung, die Fertigung, das ist alles aus Österreich, in Kärnten, im Süden. Und da geben wir auch nichts aus der Hand, außer die Module sozusagen. Da haben wir einen Differenten. Aber der komplette Zusammenbau, die Beschichtung, was wirklich enorm wichtig ist, das machen wir alles selber. Und das ergibt am Ende dann einfach ein qualitativ hochwertiges Produkt und vor allem auch einen sehr schönen Balkon. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark. ISHW. Gemeinsam stark. SPARAT